Hallo Markus, wieder mal der Willentest. So, ich bin da jetzt auf so ein Problem gestoßen, was ich mir immer schon überlegt habe, wie man das lösen kann. Ich habe da ein Weichen und möchte ein Kreuzweichen daraus bauen und renne immer wieder in das Problem eine Steigung zu groß. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das weg können. Wir haben überlegt, wenn man vielleicht einmal das mit einer Straße probiert, um das Gelände da ein bisschen einzuebenen. Okay, jetzt von der anderen Seite. Jetzt die Stunde der Wahrheit. Waren wir mal ein bisschen zu optimistisch an Janett. So, ich habe mir jetzt was mit der Kreuzweichen. So. So. Jetzt noch aufpassen. Ein bisschen zu schauen. Da brauchen ich ja gar nichts. Genau. Ich brauche ja gar nicht zu gravieren. Da brauche ich eh auch gar nichts zu laut. Dann braucht man auch ohne Games zu klein. Jetzt ist mir die Idee. beabsichtigt dann nehmen wir ausnahmsweise das signal als wegpunkt ich hoffe jetzt nur dass es kein zufall war aber ich hab das schon mal ausprobiert und dort es funktioniert wir hoffen es hilft